Was geht ab, meine OZ-Fighter? Du hebst die Hände wie die Ahoi grüne Karte von Ultra Super Sensai Gohan, denn... Es ist schon Sai Gohan, Ultra. Ohne viel reden, einfach rein da. Jeder braucht ihn, jeder will ihn. Gohan und ich... Eigentlich keine Best-Friends, aber heute... ...hat nie einen besseren Kumpel wie Gohan. Was? Oh! So, das soll ich anmachen. Boom! Viel Glück, Arigato! Gut, Boys & Girls. Schauen wir mal. Ob die ihn pullen? Lasst mich wissen, ob ihr ihn pullt habt. Ich hab bei vielen gesehen, die hatten echt... ...gut Glück tatsächlich, das freut mich. Ich versuche, mein Glück auch heute. Let's go! Also, ich finde, er ist ein Artwork-Geist krank. Genial. Artwork-Animation. Dass er da einfach heult auch noch. Sein Black Ink-Artwork auch Hammer. Vor allem, was er drauf hat, so oder so. Müssen wir nicht drum sprechen. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass... ...pride PvP noch online ist. Das hätte ein separater Modus sein müssen können, weil... ...so muss man mehr wieder Pride-Teams mit ihm spielen. Und... ...Marco! Danke für deinen Monat, viel Glück. Wurde leider geschäftet. Damn, wie... ...wie lieb warst du? Double Rates, 0,7. Ecoso, meiner... ...am meiner Streams. 0,7 neben mir. Ich call ihn im Free-Multi-Erste-Rota. 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 Ach... Ja, okay. Schauen wir mal. Wir können den Free-Multi gerne auch zum Loops haben machen. Ja, ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass er nicht die Vater-Sohn-Kamera macht. Ich bin mir ziemlich sicher, da würden viele sagen, ah, recycelt dies, das, jenes. Ich finde es cool, dass es was Neues hat. Dass es quasi vor dem Kampf, bevor Cell in Perfect Cell geht. Ich finde das cool. Ihr guckt hoch und... Äh! Aber ich finde es schon cool, seinen 4-Hall-Angriff. Und die sind ja sowieso jetzt... Das sind ja sowieso... Ähm... Wir haben sowieso keinen Legend-Finish, so. Und deswegen... Für mich geht's fit, für mich geht's fit. Wir hatten Goku Blue, ne? Lass mal sehen, was droppt jetzt. Äh... Ich bin 8K, ist hier reingegangen und nichts bekommen. Viel Glück weiterhin, falls es noch holt. What the cake? Wozu hatten wir Goku Blue-Animation? Ich hab meine Pause nach Ui... Äh... Ultra... Ultra Ui... Gegönnt. Und ging für Gohan Ultra rein. Bin lieb für 14K reingegangen. Lass Mutti Kame einmal. War ziemlich erleichtert. Täts ja sehr gut. Gönn dir. 15K und 3K bekommen? Das ist ne geistranke Ausbeute nämlich. Max. Gönn dir. Abenteuer. Ja selbst. Demon Slayer Film war ich nicht, ne. Ich fand... Äh... Damals... Also der... Film letztes Jahr fand ich... Also ich wusste ja, dass die letzten zwei Folgen gezeigt werden und dann eine neue. War eine schöne Erfahrung. War mal cool, so den Tengen Fight auf Leinwand zu sehen. Und dann kam die erste Folge von den neuen. Das war so okay. Und deswegen dachte ich mir, ich will das dieses Jahr nicht wiederholen, so. Kann da... Ich kann mich da gedulden. Auf die eine neue Folge. Die sollte ja dann April kommen, ne. Ja, ich musste jetzt nicht unbedingt von der Shuffle zuvor das im Kino sehen. Deswegen war ich nicht, ne. Aber wie war's? Warst du? Ein Gruppissein wie Toastoff? Wout ihr ne? Let's go. Wollen wir einen Gruppissein zusammen? Viel Glück, falls ihr mitzieht. Ich zähl gleich runter, falls ich runterzählen kann. Je nachdem halt was für deine Animation kommt. Hmmmmmm. Ok, ja. Wir werden wahrscheinlich was erzählen können. Also, drei. Zwei. Eins Viel Glück, gib Bescheid, was ihr gepullt habt Ah, man Season 3, äh, One Punch Man Trailer Wurde auch vorhin, äh, gezeigt Habe ich mir noch nicht angeschaut, muss ich mir noch anschauen Mal komm, aber Season 3, weiß man das? Weiß man das schon, oder kam nur ein Teaser raus? Fand's mega? Okay, nice, cool, cool, bin gespannt Also auf die, ähm, auf die neue Season Freue ich mir ja richtig, ne, auf Demon Slayer Da wird, das wird jetzt, da wird's abgehen Das wird jetzt abgehen, da Füge schon, wort immer noch Maintenance, verdammt, ey, das soll mal online kommen Ey, warte mal Wir sind gar nicht Konzentriert, Jungs, wir müssen mal konzentrieren hier Tanz, okay Wir müssen auch die Summons konzentrieren Let's go, Ultra Gohan Kann ich einfach so nebenbei Gohan ziehen, ey Der hat, das ist doch schon seine Aufmerksamkeit gebraucht Was ist das für ein Group Sum? Was los, Justit? Back, 3, Back Gohan Wie, 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 wie? Hast du 3 Gohan in eine Multi gezogen, oder was? Als ob Mango, was geht's? Mh Hab heute bei 3 Durchläufen 9 LF lächerlich, damn it Ja, der Konzentration, das sah gut aus 3 Mal hintereinander, laber nicht Junge, du hast Group Sum dann komplett eskaliert Wie viele Sternen ist jetzt bei dir? Vorbei, Alter Source, Trust Ja, nein, nein, der Boy postet das auf Social Media Und dann sind wir alle mundtot 3 Mal hintereinander, das Geist ist krank Was für eine Ratio War das der Double Rate Step, oder normaler? Oh 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 Ah show my dad Let's go, Alter Diesen Call mit mich Ernstie Ich hoffe, er guckt zu. Ich habe ihn gestern gesagt, Ansdi, was machst du morgen um 20 Uhr? Ich brauche dein Glück. Mal schauen. Schauen wir mal, ob er dabei war oder nicht. Ob wir Gohan dann ihm gezogen haben. Schauen wir mal. Den Daumen kannst du hier irgendwo anders entschieben. Junge, geil. Einfach zeitgleich. Ja, man, let's go, Alter. Gibt euch jetzt. Das Brutal, dass auch noch C-16 mitsch... Also redet. Das ist so geil gemacht. Boah. 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 Okay, Leute. Also wir hauen natürlich die Thumbs noch durch. Und das war es tatsächlich. Mir reicht einer. Ey. Please. Please. Please duldet das, dass ich nicht einzahle. Okay, das waren tatsächlich... 6 Zones Free2Play CC. Und nach dem... Doka-Jubiläum nehme ich so eine Pause an. Also wenn ich nicht einzahlen muss. Wir sehen, ey. Geistkrank. Wir hauen natürlich die Mutti ist noch raus. Aber einer ist... Einen haben wir schon. Perfekt, perfekt, perfekt. Und mit einem bin ich auf jeden Fall durchaus zufrieden mit einem Goan. Falls ihr weiteres habt, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wenn ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Daumen nach oben, boys and girls. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und... Ja! Guck mal, was wir noch pullen hier aus den Mutti ist. Den OG Goan, okay. Noch zwei Mutti haben danach, ne. Einfach... Okay, Maju. Nuke, ma man. Danke für deine 5 giftigen Subs. Was geht, was geht. Boah, geil, ey. Wirklich. Wirklich sehr gedroppt. Ich glaube, die Animation gibt nichts, ne. Können wir skippen. Ach, hast gesagt, ein Goan gleich für 5 giftigt. Muss nicht sein, Mann. Muss nicht sein, aber langschön. Das kann ich nicht mitbekommen. Können wir skippen. Yes, Sir. Und, last multi. Boys and girls, danke fürs Zusehen. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Auch mal die Stones in der Hose lassen. So sieht's aus, ey. Wirklich. So sieht's aus. Aber Zung gibt's nicht viele, ja. Krank, wir haben einfach auch aus dem 0,35 Step gezogen. Riecht gut. Ja, ja. Ich hab ja auch vorhin das Platin-Equipment von ihm gefarmt, ne. Also das haben wir auch schon mal skippen. Sehr geil. Ja, wenn wir gleich mal testen, mal schauen, wie der Ami gelöst ist. Okay. Boys and girls. Jetzt aber for real. Danke fürs Zusehen. Und wir sind's auf jeden Fall dann das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace. Tschüss. 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 Tschüss.